Wer bist du Karim? Ich bin Karim und ich bin 28 Jahre alt. Ich wohne in Kopenhagen mit meiner Frau und Kind. Vor ich in Berlin geworden bin und meinen Lastwagen für Ausbildung fertig zu machen, habe ich für April Lomers gearbeitet. Axol, wie war dein Gefühl, bevor du nach Deutschland gesucht bist? Ich war natürlich sehr gespannt auf, wie es gehen würde und wie meine Frau und Kind Erlebnis wahrnehmen würde. Wie waren deine Frau's Gefühle vor diesem Umzug? Am Anfang war sie sehr skeptisch, aber sie konnten auch die Möglichkeit für meine Familie und ich sehen. Wenn wir erst da waren, gab es keine Probleme. Sie hat einen guten Job gefunden und wir haben eine Babysitterin für unseren damals neugeborenen Sohn gefunden. Sie haben uns in Berlin wohlgefühlt. Was handelst du von der Art und Weise Fresh Locations heute? Ich bin sehr zufrieden. Für uns gab es keine Probleme überhaupt. Dass ich meine Ausbildung in einer anderen Kultur gemacht habe und neue Menschen getroffen habe, war es ein sehr gutes Erlebnis. Ein Vorteil bei Fresh Locations ist, dass die auch dafür sorgt, dass die Familie mitkommt. Kannst du ein empfehlen? Ja, weil wir einen sehr schönen Erlebnis gehabt haben. Ich habe auch erzählt von meiner Erlebnis. Vielen Dank für Ihr kommet, Karim. Tschüss. Tschüss. Jetzt möchte ich herausnehmen und erfüllen Karims Frau, Freya. Hallo, Freya. Hallo. Wie war deine Erfahrung mit dieser Erlebnis? Am Anfang war ich etwas nervös, ob wir ein gutes Haus finden könnten. Weil ich hatte gerade ein Kind geboren und wir wollten gerne ein gutes Umgebung, wo er aufwaschen. Am Ende haben wir ein schönes Haus gefunden, die nicht so weit entfernt von Karim Arbeitsplatz ist und haben uns dann über die Erlebnis und Möglichkeiten gefreut. Vielen Dank. Feier. Tschüss. 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 같